Guckt euch das an, das ist doch nicht zu fassen, oder was? Gibt's denn das? Das rauf die Hulle. 17 Uhr und 10 Minuten, das ist nicht zu fassen hier. Fies ist der Brandgeruch, wenn man vom Hotel Richtung Montorocco guckt, kann man es voll sehen. Und man kann es auch oben an der Straße schon riechen, das ist nicht zu fassen.